Erst haben wir uns den Sony UBP-X500 und den X800M2 Ultra HD Blu-ray Player angeschaut, nun kompletieren wir das Ganze mit einem Review Video zum Sony UBP-X700. Der dem X500 zum verwechseln ähnlich sehende Ultra HD Blu-ray Player kostet auf der Straße nur gut 20 Euro mehr als der X500, bietet dafür aber Smart-Funktionen und vor allem die Unterstützung für Dolby Vision. Dabei ist er auch gut 100 Euro günstiger als das Flaggschiff der X800M2. Wie viele Abstriche müssen zum X800M2 gemacht werden und wie groß ist der Unterschied zum X500 wirklich? Ja, und mit diesen Fragen grüße ich euch hier auf TechTracks HD zu einem neuen Video. Wie der sehr große Teil meiner Videos ist auch dieses Video hier komplett selbst finanziert und da habe ich eine kleine Bitte an euch und zwar würde es mich freuen, wenn ihr diesem Video hier einen Daumen nach oben geben würdet und einen kleinen oder großen Kommentar hinterlasst. Es ist absolut kostenlos und unterstützt meinen Kanal ungeahnt, so dass auch in Zukunft solche Videos wie dieses Jahr realisiert werden können. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Unterstützung und wünsche euch nun viel Spaß mit diesem Video. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns nun den UBP-X700 mal genauer an und ihr lehnt euch wieder zurück und ich lege los. Mit dem X700 teste ich nun den letzten Ultra-HD Blu-ray-Player aus dem Hause Sonys, welcher bei uns in Deutschland verfügbar ist. Es ist natürlich unweigerlich, dass sich Parallele auftun werden zum X500 und zum X800M2 Video. Ich möchte in diesem Review-Video hier nebenbei noch einen kleinen Vergleich zwischen dem X500, dem X700 und dem X800M2 durchführen. Bevor wir mit den Stärken und Schwächen beginnen, betrachten wir erstmal das, was der Player uns verspricht und werfen einen Blick auf die technischen Daten. Der Player ist 32cm breit, 4,5cm hoch und 21,7cm tief. Somit gehört er zu den kleineren Playern am Markt und mit seinen 1,4kg ist er auch recht leicht. Wenn wir uns die Rückseite so anschauen, dann stellen wir fest, dass wir eine Symbiose aus dem 500er und aus dem 800er sehen. Der Player bietet hier neben dem Anschluss für das externe 12-Volt-Netzteil einen 100Mbps Ethernet LAN-Port und wie der 800er zwei HDMI-Entschlüsse. Zwei in dem Fall, um einen separaten Anschluss für die Audioausgabe bereitzustellen, falls die heimische Heimkinoanlage noch nichts mit 4K oder HDR-Signalen anfangen kann. Apropos Audio, wie der 800er bietet auch der 700er zusätzlich einen digitalen Koexialausgang für ein Soundsystem, welches keinerlei HDMI-Sektion bietet. Netzwerkseitig kann der Player neben dem LAN-Anschluss noch mit integrierten WLAN-Punkten im Verhältnis zum X500 auf jeden Fall ein ordentliches Upgrade, wenn es benötigt wird. Wenn wir uns die Front ansehen, dann sehen wir effektiv einen UBP-X500. Der X700 bietet auf der linken Seite den Lorfax-Schacht für die Discs, sehen wir weiter rechts den Eject-Button und den Power-Button, welcher mit einer grünen Status-LED ausgestattet ist. Darüber hinaus befindet sich an der rechten unteren Kante ein USB 2.0-Port für externe Speichermedien. Eine Festplatte kann unter Umständen darin nicht betrieben werden, aber USB-Sticks definitiv. Okay, kommen wir nun zu den inneren Werten. Der Player kann CDs, DVDs, Blu-Rays, 3D Blu-Rays als auch Ultra-HD Blu-Rays lesen. Auch super Audio-CDs kann der Sony-Player verarbeiten. Über USB stellen MKV- und MP4-Dateien mit H.264 inklusive HDR kein Problem dar. Auch H.265-komprimierte Videodateien und Audiodateien wie z.B. FLAC in bis zu 24 Bit mit 192 KHz kann der Player wiedergeben. Auf Seiten von HDR kann der Player HDR10, Dolby Vision und HLG ausgeben. HDR10 Plus leider nicht, wobei ich hier sagen muss, dass dies im Verhältnis zum 800M2 vollkommen in Ordnung geht, in Anbetracht der Preisdifferenz von ca. 100 Euro. Wer sich fragt, kann der Player auch Dolby Atmos oder DTS-X, den kann ich beruhigen. Der Sony UBP-X700 gibt genauso wie seine Geschwister ohne Probleme die genannten Audioformate aus, aber er kann diese nur als Bitstream im Mehrkanalsound ausgeben. Eine Dekodierung in ein PCM-Signal ist nur in Stereo möglich. Gut, nicht weiter schlimm, da Dolby Atmos zu Dolby TrueHD und DTS-X zu DTS-HD abwärtskompatibel ist. Im Verhältnis zum X500 kann die Netzwerktauglichkeit nicht nur für Firmware-Updates verwendet werden, sondern auch für z.B. Netflix, Amazon Prime Video und YouTube. Dabei bietet er erstaunlicherweise wesentlich mehr Apps als der X800M2, was ich ehrlich gesagt ziemlich kurios finde. So gibt es z.B. auch eine Spotify-App. Sehr nice. Hier sollte aber erwähnt werden, dass er auf die vorinstallierten Dienste limitiert ist. Ein Nachinstallieren weiterer Apps ist nicht möglich. Was wiederum möglich ist, ist der Zugriff auf einen netzwerkseitigen Medianserver wie z.B. Plex. Die Fernbedienung wurde effektiv dem X500 aus dem Karton entwendet, ist Sony-typisch und hat sich gefühlt in den letzten 10 Jahren nicht geändert. Die Tasten sind sehr gut erreichbar und auch die Verarbeitung ist angenehm gut. Nur leider liegen die Tasten sehr eng beieinander, womit es mir durchaus öfter untergekommen ist, dass ich versehentlich mehrere Tasten oder die falsche Taste betätigt habe. Bei deaktiviertem Schnellstart schafft der Player es in rasanten 10 Sekunden voll einsatzfähig zu sein und das ist wirklich beeindruckend. Auch die Menüführung ist gut schnell und vollkommen okay für die Preisklasse des Players. Aufmerksamen Zuschauen sollte es bereits aufgefallen sein, im Vergleich zum X500 und dem X800M2 verwendet der X700 ein komplett anderes Menüdesign, wesentlich voller. Es wirkt zwar hochauflösender und auch moderner, dennoch muss ich sagen, dass sich dieses Menü ein wenig überladen finde. Es fehlt mir ein wenig der rote Faden. Entweder super schlicht oder total überladen, ein Mittelweg gibt es bei Sony wohl nicht. Schauen wir uns nun die Lesegeschwindigkeit des Laufwerkes an. Dabei habe ich Ultra HD Blu-rays, normale Blu-rays und DVDs getestet. Und hier muss ich sagen, dass ich den X700 nicht ganz einordnen kann, denn das verbaute Laufwerk ist im Verhältnis zum 500er noch langsamer. Ultra HD schalben ließ der Player in gut 28 Sekunden ein, HD-Scheiben in 24 Sekunden und die klassischen DVDs in 18 Sekunden. An dieser Stelle war ich doch recht überrascht, dass der Player sich so viel Zeit lässt, dass bin ich von anderen Playern in der Preisklasse schneller gewohnt und hätte ich bei der Grundgeschwindigkeit des Players so nicht erwartet. Da wir ja gerade vom Laufwerk sprechen. Wie sieht es hier mit der Geräuschkulisse aus? Liest das Laufwerk die Disks immer anstandslos? Das Laufwerk ist die einzige Komponente des Players, die Aktivgeräusche erzeugen kann. Denn einen Lüfter besitzt der UBP X700 nicht. Und ja, was soll ich sagen, ich war wieder erstaunt. Erstaunt in diesem Sinne, wie leise dieser Player ist. Klar, das Laufwerk ist wahrzunehmen, aber dies wirklich sehr dezent, wobei er formatbedingt bei einer Ultra HD Blu-Ray etwas mehr auftritt, als bei einer klassischen Blu-Ray oder DVD. Bei einer DVD und vor allem bei einer Auto-CD ist der Player nahezu unhörbar. Sehr gut, hier übertrumpft er ganz klar meinen Referenz-Player, den Panasonic DPU-B824, wirklich beachtlich. Von der Geräuschkulisse her nehmen sich aber der X500 und der X700 gar nichts. Auch das Einlesen der Scheiben geht immer zielsicher. Auch schwerfällige 100GB Ultra HD Blu-Ray schluckt der Player immer anstandslos. Laufwerkseitig kann ich Sony hier nichts vorwerfen, vor allem nicht bei der Preisklasse. Gut, dann kommen wir jetzt zum Kern dieses Videos und zwar zur Bildqualität des gut 160 Euro günstigen Sony-Players. Als Vergleichswert nehme ich hier meinen Panasonic DPU-B824. Die Bildqualität bewerte ich nach Disktyp, angefangen mit der Ultra HD Blu-Ray. Besonders interessant ist hier vor allem die HDR10-Darstellung, da der Player keinerlei HDR-Optimizer besitzt oder ähnliches, aber hier geht der Sony UVP-X700 genauso wie der X800M2 einen komplett anderen Weg. Anders als die Konkurrenzprodukte versucht nämlich der 700er nicht ein eigenes dynamisches HDR-Ton-Mapping durchzuführen oder lässt das HDR-Signal unbehandelt. Sondern, wenn Dolby Vision im Einstellungsmenü aktiviert ist, wandelt der Player das HDR-Bild in ein Dolby Vision Bild um. Gezwungenermaßen muss der Player hier ein eigenes dynamisches Tone-Mapping durchführen, um daraus Dolby Vision Metadaten zu generieren. Viele, die mein Review-Video zum Sony UVP-X800M2 kennen, wissen wahrscheinlich schon, was jetzt kommen könnte. Aber ich würde sagen, schauen wir, ob Dolby Vision für den X700 genauso ein Klotz am Bein ist wie für den X800M2. Bei der Wiedergabe einer UHD-Scheibe, welche klassischerweise mit HDR daherkommt und im Einstellungsmenü Dolby Vision deaktiviert ist, fällt natürlich sofort das etwas dunklere Bild auf, welches ich von meinem Referenz-Player nicht gewohnt bin, da dieser ein eigenes Dynamic Tone-Mapping vollzieht. An meinem AG G1 Evo OLED TV habe ich das Dynamic Tone-Mapping deaktiviert, um die HDR-Qualität besser beurteilen zu können. Und wow, die HDR-Darstellung ist wirklich gut, aber der Player lässt das HDR-Bild nicht ganz unbehandelt. Zumindest wenn die Bildeinstellungen auf Auto belassen werden, erhebt ein wenig die Kontrastwerte an. Worin ich ihn sogar unterstütze und euch empfehle, wenn euer Fernseher keinerlei HDR-Dynamic Tone-Mapping bzw. Dolby Vision bietet, dieses noch ein wenig in den Custom-Einstellungen nachzujustieren, aber dazu gleich mehr. Wenn in den Einstellungen Dolby Vision aktiviert ist, dann gibt er genauso wie der X800M2 sämtliches Material mit Dolby Vision Metadaten aus, ausgenommen sind da DVDs. Ja, ihr habt richtig verstanden, auch klassische HD-Blu-rays bekommen einen Dolby Vision-Anstrich, aber dazu im späteren Teil des Videos noch mehr. Jetzt schauen wir uns erstmal die HDR-zu-Dolby-Vision-Konvertierung an. Es ist offensichtlich, dass Sony hier versucht irgendwie zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Wie meine ich das? Zum einen spart sich Sony die Implementierung einer Automatik, welche HDR von Dolby Vision differenziert und sie versuchen damit zugleich die etwas dunkle Wiedergabe von HDR-10-Inhalten aufzupeppen, ganz in der HDR-Optimizer-Manier von Panasonic. Nur, gelingt Sony das? Ich muss sagen, ja durchaus. Auch wenn dem Bildmaterial dadurch etwas die Farben entgleiten. Bei einer normalen HDR-Wiedergabe gibt der Player das Bild, sofern es in den Einstellungen festgelegt wurde, in 4 zu 4 zu 4 mit 12-Bit-Farbtiefe aus. Im Dolby Vision Converter-Modus wird daraus nur noch RGB mit 8-Bit-Farbtiefe, was natürlich das 10-Bit der HDR-10-Quelle komplett planiert. Dies hat zur Folge, dass das Bild eher so wirkt, als wenn die Farbtiefe am TV um einiges reduziert wurde. Problem ist jetzt, dass daraus natürlich resultiert, dass die Farbtiefe am TV hochgesetzt werden muss, um die Farbdarstellung wieder zu retten. Joa, alles soweit kein Problem, bis echtes Dolby Vision Material zugespielt wird, welches natürlich ganz andere Farbinformationen liefert. Auf einmal wirkt das Bild total übersättigt, was die richtige Dolby Vision Wiedergabe komplett zerstört. Unter dem Strich ist das eine gute Idee, das HDR10-Tour-Mapping-Problem mit einer Dolby Vision Konvertierung zu optimieren, nur leider komplett desaströs umgesetzt. Da habe ich es dann doch lieber, wenn das Dynamic Tour-Mapping am TV durchgeführt wird und der Player zwischen HDR und Dolby Vision differenziert. Generell könnt ihr mit dem Player auch zwischen HDR und Dolby Vision differenzieren, dazu müsst ihr aber vor jeder Wiedergabe entscheiden, ob ihr den Dolby Vision Modus in den Einstellungen deaktiviert oder aktiviert, je nach Quellmaterial, welches ihr abspielen wollt. Ob HDR oder Dolby Vision. Mega umständlich und selbst in der Preisklasse unter 200€ einfach untragbar. LGs UBK90 kann dies an dieser Stelle und schaltet zwischen HDR und Dolby Vision automatisch um, so wie sich das gehört. Euch müsste schon aufgefallen sein, dass ich ähnliche Worte finde wie beim X800M2. Das auch zu Recht, denn generell gefällt mir das reine HDR Bild genauso gut wie bei dem 800er. Und auch die reine UHD Darstellung ist wirklich on point. Details kommen sehr gut zur Geltung und auch die Farbdarstellung ist sehr gut, wie gesagt, wenn ihr HDR auch als HDR ausgeben lasst bzw Dolby Vision als Dolby Vision. Obwohl mir bei dem X700 ebenfalls auffällt, was mir auch schon bei dem X500 und dem X800M2 aufgefallen ist, dass der Player nicht unbedingt bewegungsscharf ist. Schnelle Bewegungen werden oft verwaschen dargestellt und wirken dadurch recht weich gezeichnet. Eher unschön. Nichtsdestotrotz kann sich die UHD-Qualität sehen lassen. Um das Ton-Mapping einer HDR-Wiedergabe etwas zu optimieren, habe ich die überschaubaren, aber immerhin verfügbaren Bildeinstellungsoptionen verwendet, um das Dunkle aus dem HDR-Bild etwas herauszuarbeiten. Hierbei kann aber das HDR-Bild komplett zerstört werden, wenn zu aggressiv vorgegangen wird. Ich blende euch nun meine Einstellung für das Custom-1-Profil ein. Ihr merkt schon, es sind nur marginale Änderungen, welche aber bei den Sony Player wahre Wunder bewirken können. Dieses Menü könnt ihr während der Filmwiedergabe über die Options-Taste auf der Fernbedienung erreichen. Ich möchte noch hinzufügen, dass die Einstellungen nur für die UHD-HDR-Wiedergabe gedacht sind. Bei der klassischen Full-HD-Blu-Ray oder gar bei der DVD solltet ihr die Auto-Einstellungen verwenden. Machen wir weiter mit der Full-HD-Blu-Ray und hier möchte ich insbesondere auf den Upscaler eingehen und da muss sich der Player mit dem Panasonic DPU-B824 messen, welcher einen exzellenten Upscaler bietet. Wer jetzt denkt, dass der Player wahrscheinlich auf einem ähnlichen Level arbeitet wie der X800M2, den muss sich leider enttäuschen. Aber ich muss sagen, dass der X700 meine Augen dennoch nicht so stark strapaziert. Vor allem hochwertige Blu-Rays, welche mit einem astreinem Bild daherkommen, zaubert der X700 sehr schön auf das 4K-Panel. Die Farben sind sehr fein, als auch die Detaildarstellung ist gut. Der Player gibt HD-Scheiben in einem Farbraum von 4 zu 4 zu 4 bei 12-Bit Farbtiefe aus. Aber auch hier ist das weichere Bild am Ende des Tages zu erkennen, was den Gesamteindruck etwas trübt. Wiederum hat die weichere Bilddarstellung bei Inhalten, welche mit einem stärkeren Rauschen daherkommen, auch seine Vorteile. So wirken diese nicht mehr so starkrauschig und kommen dadurch besser rüber. Die Blu-ray Wiedergabe ist bei dem X700 als gut zu bezeichnen und etwa auf dem Niveau des X500, wobei ich mir vor dem Upscaler etwas mehr erhofft habe. Das gute Upscaler-Ergebnis bekommt ihr, wenn ihr in den Einstellungen unter 4K Upgrade die Einstellung Auto 2 wählt. Auto 1 sorgt dafür, dass das Bild roh ausgegeben wird und der Fernseher hochskaliert. Aber, und jetzt kommen wir zu dem großen Aber. Dieses Ergebnis bekommt ihr genauso wie bei dem X800 M2 nur, wenn ihr den Dolby Vision Modus deaktiviert. Wie bereits erwähnt, gibt der Player klassische SDR HD Blu-rays mit einem Dolby Vision Upgrade aus. Obwohl es wohl nur Sony als Upgrade sieht, ich selber kann daran nur ein Verschlimmbessern sehen und es als Downgrade bezeichnen. Ich mein, der Kontrast sieht durch die Dolby Vision Ausgabe wesentlich besser aus, vor allem auf einem OLED-TV sehr nett anzusehen. Aber die Farbdarstellung ist ähnlich wie bei der HDR zu Dolby Vision Konvertierung komplett abgespeckt und leblos. Einfach gruselig. Hinzu kommt, dass der Player manche Lichtwerte nicht ganz sauber trifft, wodurch es zu einem Über-Tone-Mapping kommt und Lichtbereiche der Filme ausbrennen und völlig unnatürlich wirken. Wenn ihr eine gute Blu-ray Wiedergabe mit dem X700 haben wollt, dann deaktiviert Dolby Vision alles anderes Verschwendung vom Potential und weiterhin eine Beleidigung für das Format. So, nachdem ich mir jetzt bei dem X700 ebenfalls Luft machen musste, sprechen wir nun über das Thema Bildqualität der DVD-Wiedergabe und hier interessiert mich insbesondere das De-Interlacing, sprich das Entfernen des Seinsprungverfahrens. Da stellt mein Panasonic DP-UB824 die Königsdisziplin dar und ja, hier spielt der UBP-X700 ebenfalls in der oberen Liga mit und übertrumpft den X500 um Längen. Das Bild ist durchweg stabil, es sind kaum bis keine Zeilen zu erkennen. Die Qualität kann sich wirklich sehen lassen. Artefakte werden teilweise herausgearbeitet, die Farbdarstellung ist sehr gut, auch die Auflösung macht einen frischen Eindruck. Die DVD-Qualität ist überraschend gut. Kommen wir nun zu den Emissionen. Das Thema Geräuschkulisse haben wir ja bereits abgearbeitet, dann bleiben ja effektiv nur noch der Stromverbrauch und die Wärmeentwicklung. Der Player verbraucht während einer Ultra HD Blu-ray Wiedergabe im Schnitt 9 Watt. Jene Wiedergabe stellt das absolute Worst-Case-Szenario dar und ist wirklich spitze. Daran habe ich nichts auszusetzen, bewegt sich etwa zwischen dem X500 und dem X800 M2. Wobei er im Ultra HD Blu-ray Betrieb gut 3 Watt weniger verbraucht als der 800er. Im Lernlauf sinkt der Energieverbrauch auf gut 6 Watt hinab. Auch die Wärmeentwicklung und vor allem im Zusammenhang mit dem Energiefrebrauch auch einleuchtend ist vollkommen im grünen Bereich. Der Player wird maximal handwarm, wobei mir hier aufgefallen ist, dass die Discs doch recht schnell warm werden. Fazit Noch nie war ein Fazit so knifflig zu finden wie bei dem X700. Effektiv ist der X700 eine gute Mischung aus dem X800 M2 und dem X500. Spielt dabei aber weit über dem X500 und macht diesen eigentlich obsolet. Zumindest bei einem Preisunterschied von 20 Euro. Der X700 nimmt die sehr gute HDR und Dolby Vision Darstellung und kombiniert dies mit einem sehr kompakten und sparsamen Auftreten. Auch die deutlich bessere DVD Wiedergabe hat sich der X700 vom X800 M2 geschnappt. Nur auch hier, was im Namen soll, die fehlende automatische Erkennung der HDR-Formate und die gezwungene Konvertierung von HDR-Inhalten zu Dolby Vision und von Full-HD Blu-rays zu Dolby Vision. Wobei HDR zu Dolby Vision wenigstens noch einen kleinen Mehrwert bietet, wenn die Farbdarstellung am TV korrigiert wird. Bei der klassischen Blu-ray ist für mich dies leider komplett unverständlich, sicher ein nett gemeintes Gimmick, welches den X700 abheben soll, aber für eine naturgetreue Wiedergabe nicht zu gebrauchen. Da dem Sony die Automatik fehlt, bleibt dem Nutzer nur übrig, wenn er eine originale Wiedergabe haben möchte, den Dolby Vision Modus des Players immer manuell zu aktivieren oder zu deaktivieren, je nachdem welchen Inhalt er schauen möchte. Und sorry Leute, das geht im Jahr 2021 einfach nicht und auch nicht in dieser Preisklasse. Unter dem Strich ist das Sony UBP X700 für seinen Straßenpreis von gut 170 Euro eine absolute Empfehlung. Seine gute Verarbeitung, die sehr gute Bildqualität gepaart mit seinem flüsterleisen Auftreten machen ihn schon zu einem Vorzeigeprodukt, wenn der User sich darauf einlassen kann, die Dolby Vision Funktion je nach Inhalt ein- und auszuschalten. Ja und mit diesen Worten verabschiede ich mich aus diesem Video. Ich habe euch den Player unten in der Videobeschreibung sowie im Kommentarbereich verlinkt. Sollte euch dieses Video gefallen haben, so gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben und vergesst das kostenlose Abonnieren sowie das Aktivieren der Glocke nicht, denn nur so verpasst ihr keine weiteren neuen Videos mehr rund um das Thema Heimkino und Co. In diesem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit eurem neuen Blu-ray-Player und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut!